Das Element Wasser ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Täglich tritt man mit dem Medium Wasser in Kontakt, ob beim Duschen, Schwimmbadbesuch oder im Urlaub am Meer. Um Kinder schon früh daran zu gewöhnen und das Unfallrisiko bei Aktivitäten im und am Wasser zu minimieren, ist es wichtig, sie bereits in jungen Jahren an das Element zu gewöhnen. Und dafür wurde das Wasser Keywords entwickelt. Ein Persönlichkeitsabzeichen, wo Wertschätzung und eine individuell erbrachte Leistung im Vordergrund stehen. Denn bei Klein- und Vorschulkindern geht es nicht ums Messen, sondern ums Dabeisein und Mitmachen. Darüber hinaus lernen die Kinder die Eigenschaften des Wassers kennen, entdecken ihre Talente und Stärken, entfalten ihre Persönlichkeit und bauen Ängste ab. Das Wasser Keywords besteht aus verschiedenen Bewegungsstationen und richtet sich an die Gruppe der Drei- bis Sechsjährigen. Da die Entwicklungs- und Könnensunterschiede in dieser Altersspanne sehr groß sind, wurde bei der Entwicklung darauf geachtet, die Aufgaben so zu stellen, dass sie von allen Kindern gelöst werden können. Die Bewegungsstationen sind auf die fünf Entwicklungsbereiche des Kindes abgestimmt. Das sind der motorische Entwicklungsbereich, in dem es um Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit geht. Der sensorische Entwicklungsbereich umfasst den Tast-, Seh- und Gleichgewichtssinn. Beim psychisch-emotionalen Bereich lernen die Kinder ihre eigene Leistungsfähigkeit und ihren Körper kennen. Zum sozialen Entwicklungsbereich zählen das Einfühlungsvermögen und die Rücksichtnahme. Und zum kognitiven Bereich gehören das Erinnerungsvermögen und das Einschätzen von Situationen. Das Wasser-Kibaz ist wie eine Art Parcours aufgebaut. Bei der Erstellung des Parcours kann aus 20 Bewegungsstationen gewählt werden. Diese findet man im Handbuch, welches speziell für das Wasser-Kibaz entwickelt wurde. Die ausgesuchten Stationen werden ohne Zeitbegrenzung durchlaufen, sodass die Kinder diese in ihrem Tempo ausprobieren können. Ein besonderer Vorteil ist, dass nicht nur alle Stationen im und am Wasser aufgebaut werden können, sondern auch mit wenig Aufwand. Denn viele verwendete Materialien sind Alltagsgegenstände, die jeder zu Hause hat. Das Wasser-Kibaz kann als große Veranstaltung zum Beispiel im Zuge eines Sommerfestes oder im Kursbetrieb durchgeführt werden. Am Ende jedes Parcours erhalten die Kinder eine Urkunde, ein Malbuch und Buntstifte. Weitere Informationen findet man auf der Homepage des Schwimmverbandes Nordrhein-Westfalen.